Play. Moin moin und herzlich willkommen zurück in der Steinzeit bei Fargtri Primal Folge 8. Okay. Cool. Nächste Aufgabe. Die Knochenhöhle. So, Aufgabe wird zum Menü hinzugefügt. Gucken wir mal. Hier oben haben wir die nächsten. Oh. Ja, hier. Der Kohlekumpel mit der Kralle. Den schnappen wir uns als nächstes. Aber erstmal müssten wir eigentlich hier ordentlich aufräumen. Aber hier haben wir zum Beispiel noch eine Deisha-Hand. Da kommen wir nur mit der Kralle ran. Ein entdeckter Ort. Ja, ganz ehrlich, lange Rede gar keinen Sinn. Los geht's. So, Eskorte. Die Dinger müssten wir eigentlich auch mal machen. Also, knick-knack. Schnellreise dahin. Hey, Wolfie. Hey, Wolfie. Das ist der gesamte Belohnungslager. Das ist der gesamte Belohnungslager. Die Keule geworfen. Wollte ich gar nicht. Wo ist der Nächste? Ich will mit der Keule einer vor den Kopf hauen. Fleisch. Ich hatte wenigstens nur Fleisch dabei. Oh, schade. Oh, schade. Wbinger. Wingser. Winger. Ah, ah. Bunch, aber ab. Bunch, aber. Komm her, du kriegst mein Fleisch. So, brauchen wir noch eine Runde streicheln. So, brauchen wir noch eine Runde. Hebeldampfer! Schleichen aber überall welche rum. Da ist zum Beispiel wieder ein seltenes Tier. Ach, ich... so der Wolf sollte eigentlich... Mach an! 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 Häm... ...und der Fleisch dabei? Ne... Feuerstein! So, komm, Escorte, da wollten wir eigentlich hin. Dann wollen wir das mal machen. Mammut, mit dem lege ich mich erstmal nicht an. Mal sehen, ob sich das Speichern lohnt. Oh klar, machen wir. So, der Regen hat die Hütten überflutet. Oh, okay, komm, machen wir. Ja, dann kommt mal. Ich guck mal, Karte. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum schon wieder? Verkehr hat noch mehr. So, wo müssen die überhaupt hin? Gibt's hier kein... Wo ist das Ziel? Hallo? Das kann's nicht sein. Aber die werden wir... Dann geht mal voraus. Das kann's nicht sein. 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 So, was ich jetzt... ... ist das ein Dinger? Ich bin der Mann, und ich bin... So, seid ihr noch alle am Leben? Willst du auf erhoffen? Braucht meine Bestie schon eine Heilung. Stürzen sich alle immer auf den Hund. Die rennen echt vor mir weg. Komm mal her. Jetzt kannst du hier was gebrauchen. Kein Fleisch dabei. Schade. So, knickknack. Die Eskorte war erfolgreich. Ort entdeckt. Vergessene Lichtung. Hey. Brüllen wir mal immer mit. Hey. Haha. Siegenfell. Bestimmt voll. So, die brüllen mir hier zu viel. So, gibt's hier was Schönes, was wir hier... Wir müssen auf alle Fälle auch noch in den Süden. Da gibt's den Südstein. So, Lagerfeuer. So, Lagerfeuer. Ist nicht weit entfernt. Geistertotem. 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 Besonderheit. Geistertotem. Sieh dir den Sammlung deiner Hüllenwand an. Mhm, 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 mhm. Geistertotem. So. Mein erster Geistertote. So, hier müssen wir auch noch unbedingt hin. Aber was mach ich denn jetzt? Hier lang oder da lang? Ich geh jetzt zum Lagerfeuer. Der Weg ist da oben. Da kommen wir nicht hin. Was zum Hochklettern gibt's hier auch nicht. Nicht so schön. Was soll die schnappen dir? Der hat tatsächlich 6 Fleisch dabei gehabt und ein schönes Fell. Komm mal her, ich heil dich mal. Ja, hier ist ja was los. Was ist das? Was ist das? Auch kein Fleisch. Oh, Tasche voll. Sparen wir mal Licht. Das ist glaube ich besser. Ja, hol mal lieber ab. So, Licht brauchen wir nicht mehr. Ja. 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 Großer weißer Wolf, schön aufpassen. Hm. 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 So, Lagerfeuer entdeckt aber noch nicht angezündet. Wir begeistern noch ziemlich viele Viecher rum. Nö. Ich muss da echt mal schneller werden. Somit hier warten ist nicht. Hehehe. So, das Lagerfeuer haben wir. Das ist die nächste Eskarte. Unbekannte Ort. Kapraler Außenposten. Oh. Sozusagen mein erster Außenposten. Ich schneid mir jetzt das Feuer. Ja. Als Nächsten. Ich bin hier. Boah, na warte mal. Du blöder Sack. So, der hatte Fleisch. Ja genau, markier mal schön. Sehr gut. Oh, wo kommst du denn her? Lauf. Lauf. Ja, das Fleisch. Lauf. 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 Ah, schade. Hat er nicht überlebt. Aber wenigstens ein Stück Fleisch hat er dabei gehabt, hier. Meine Bestie, kriegst du noch ein Stück Fleisch. Das ist ein Stück Fleisch. Das ist ein Stück Fleisch. Das ist ein Stück Fleisch. So, da müssen wir doch irgendwie hochkommen. Ja, hau ab. So, Steinwachtleuchtfeuer. Das ist ein Stück Fleisch. Komm hier, schnell. Heile dich. So, hier mal nicht schleichend rein, sondern mit purer Gewalt. Das ist ein Stück Fleisch. Oh, nächste Trophäe. Stadtentwicklung. Knicknack. So, ein Beutel. Waffenrohstoffe und Nahrung wird täglich hier deponiert. Ach, Schiefer. Nichts besonderes drin gewesen. Mhm. So. Wisst ihr was? Die halbe Stunde. Die obligatorische. Ist leider schon wieder vorbei. Ich bleib mir hier am Leuchtfeuer. Werde speichern. Und für die Folge mal Tschüss sagen. Danke fürs reinklicken. Lasst mir ein Like da. Und ja. Ich sag mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Euer Olli.